Hallihallo Und zurück hier zu Willkommen Zurück hier zu Willkommen äh genau Zurück zu After Fall Insanity Wir sind hier beim Salua stehen geblieben oder eben diesen etwas grobschlechtigeren Typen und mir ist in der Aufnahme aufgefallen dass da Munition lag für die äh für die Shotgun beim Rendern habe ich es gesehen vorher nicht so dann komm her fette Sauer Sauer nachgeladen schon was wir dazu bringen dass da ein Schild schmeißt und wenn das Schild da steckt dann können wir und zweimal wieder in den Bauch schießen und zweimal wieder in den Bauch schießen für die Shotgun sein hoffe ich zumindest ich weiß nur nicht wenn wir da weiter machen müssen wenn der gute mal mit seinem Hammer kommt ich befürchte genauso aber so ich bin mal guter Dinge dass wir ihn jetzt schaffen ich habe nämlich am letzten Mal auch wirklich nur die eine Aufnahme gemacht und dann gleich schon wieder Pause weil ich nicht so viel Zeit habe und ich weiß ob ich jetzt auch mehr als eine schaffe oh toll sollte wir doch nachladen ne der Junge da musst du aufpassen man darf nicht hey da kommt er nicht mehr dran was da glitscht er sich sein Schild zurück das gibt es ja gar nicht ich dachte jetzt ist das so in der Mitte und wir haben Ruhe vor dem Penner halt einfach mal umfallen jetzt ne aber oh man oh stört dieser Ach immer noch nicht umgefallen Das kann doch alles nicht wahr sein Boah Das war mein Setzmann auch so lange gebraucht verdammt Ah jetzt haben wir es Komm das haben wir schon gesehen Das überspringen wir jetzt einfach Ich habe zu schnell losgelaufen Aber wieder nicht nachgeladen So Verdammte Scheiße Ah diese scheiß Steuerung Das ist doch scheiße wenn er einen einmal hat Das ist doch kein Scheiß Ich glaube da ist neue Munition drin gewesen Ich weiß noch wie ich mir großkotzig hier eine Bossfight gewünscht habe Ich weiß noch wie ich mir großkotzig hier eine Bossfight gewünscht habe Scheiße Mann ey Ich hoffe die kommt immer wieder neu die Munition Ich weiß noch nicht 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 Schon acht Minuten hier mit dem Dranwalt. Ich treffe da gerade neben dem Boden, das gibt es ja gar nicht. Oh, ich verpasst. Jetzt hängt er aber schon wieder an, dieses festglitschen ist furchtbar. Oh, ich habe keine Angst. Oh, ich habe keine Angst. Oh, wie sieht's der denn da an? Mann, Mann, Mann! Tut mir leid, dass ich nicht so viel reden kann jetzt! Auf! Da ist noch so eine Spakul! Nooo, Slow Forest! Mann, 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 Mann! Der muss doch mal bald tot sein jetzt! Das kann doch nicht wahr sein! Was ist das jetzt genommen? Oh, Gott sei Dank! 11 Minuten! Und das Arschloch ist hinüber! Ich hab mir schon gedacht, wenn ich das nicht schaffen würde, dann müsste ich wohl ein bisschen schneiden, weil irgendwie 18 Folgen Monster killen hier ist ja auch kacke! Aber... Spare ich mir jetzt, Gott sei Dank! Carolina! Nein! Catch him! Carolina! Nein! Ich spiele bestimmt Football! Ja, Aid Logo! Dann rennen wir mal! Ich hoffe, dass das ein Checkpoint wenn da... der Ladebildschirm kommt! Das war ja gut! Boah, das war ja gut! War da ein Kontrollpunkt! So, was soll ich machen? So, was soll ich machen? Toll! Toll! Wie soll ich den denn machen? Och, ich verzweifle an dem Spiel! Ich muss da aus! ... ... ... ... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Na, wir nehmen die Einzelschusswaffe, denke ich. Aber wie komme ich denn jetzt hier weiter? Okay. Da macht man das so. So, Kontrollpunkt. Puh. Ich würde sagen, hier machen wir auch die Folge zu Ende. Weil, äh, den Dicken haben wir geschafft. Den zweiten Dicken, der uns hinterher rennt, auch. Und, ähm, ich denke, das ist jetzt erstmal genug für meine Nerven. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.